Was ist das denn? Eine alte Batterie? Powercell Ja, Spoiler-Match! Eine verbesserte Batterie, die extra Energie liefern kann für deinen Automatenhelfer Automatischen Helfer Wir haben später einen automatischen Helfer Okay, wir haben also Ein Geist aus den Bergen Eine tote, fette Tintel Verrückte Menschen Eine Trinkerin Jemand, der seine Frau schlägt Wir haben einen Sheriff, den wir flachlegen wollen Und wir werden später dann einfach automatisieren Plötzlich wird's Harvest Moon für die PSP Okay Dann, äh Ist das total in Ordnung Eine Powercell Ich will die verkaufen, aber ich glaube, das wäre ziemlich dämlich Weil Vielleicht braucht man das für Wenn ich mir einen Roboter machen kann Kann ich den Roboter daten Was? Ich bin ein Roboter? Bei Fallout schon Zum Glück werde ich das nicht mehr miterleben Es sind 30 Jahre Gibt's die ersten Roboter-Haushaltshelfer Und ich bin dann nur noch am Dann wiederum habt ihr die Sexpuppen aus Japan gesehen Die sehen schon ziemlich realistisch aus Und wenn man jetzt überlegt, dass die KI besser wird Und die 3D-Drucke Die Herstellung von Silikon und so weiter Und die Bewegung von Robotern Dann könnte das doch bald soweit sein Dass da dann so eine Waifu Oh mein Gott, was war das? Ein Tuch Eine Waifu Wirklich Vielleicht nicht rumläuft Oh, schon Nicht rumläuft, aber irgendwie Halt auf dem Sofa sitzt Und dann wirklich redet Und dann Was ist los mit dir, Schatz? Und dann Ach, heute war ein schwerer Tag Oh, lass mich meine Beine breit machen Oh, du weißt ganz genau, was ich hören möchte Meine großen Anime-Tittis Werden dir beistehen In dieser schlimmen Lage Oh, mir geht's schon viel besser Dafür bin ich doch da, mein Schatz Große Titten Machen alles besser So Wir gucken Ich bin jetzt neugierig Komm Zuck nochmal Dann kann ich nachgucken Was wir da eben geholt haben Auf jeden Fall haben wir einen Diamanten Und Diamant war, glaube ich, ziemlich nice Zum Verkaufen Wie viel Minus willst du denn noch hier haben, Mann? Wir haben Silk Von Seidenwürmern Mit Liebe Wir können Seidenwürmer haben Oder Lassen sie das fallen What? Können wir den Müll eigentlich nicht verkaufen? Irgendjemand freut sich darüber Okay Wollen wir es verkaufen? Diamant ist super Aber wollen wir Äh, hallo Sinn Kriege ich bitte Minus 1 Weil ich ein Menschenleben gerettet habe Just 10.000 ausgegeben Das stimmt Irgendwie will ich es verkaufen Ich will wissen, was Was das bringt Ja, okay Aber jetzt können wir noch bis 21 Uhr auch Äh Noch ein bisschen Angeln Im Dunkeln Apropos Dunkel Wie wäre es, wenn wir Ne, ist dumm, oder? Licht zu machen Da kommen die Fische nicht Wir wollen ja auch gar keine Fische Wir wollen Diamanten Kommen Diamanten, wenn es Licht gibt Noch mehr Aber wir können Wir können einfach kaufen Wir haben Zweifel Die Leute Was kommt dieses komische Licht Am See Warte, wo ist denn die Party dann? Ah, da oben rechts Natürlich Da, wo ich gesagt habe, wo man Ah, wir müssen den Steg reparieren Bevor die Party Abgeht Ja, danke schön Und sagen sie da Ist hier Da ist ein komisches Licht Am Wasserfall Ja, ja, das ist wieder Zen Mit seinen Oh Da kam jemand Kannst du ruhig Hallo sagen Kane Pö Nur weil ich dich noch nicht brauchte Vielleicht wird der ja günstiger Wenn wir uns anfreunden oder so Weil du bist echt teuer Dafür, dass ich alles holen muss Ne, ernsthaft Ich muss alle Ressourcen holen Äh, Materialien Und er kommt einfach an und sagt Meine Arbeit ist 20 Millionen wert Mh Immer seltsam, dass man das Holz selbst beschaffen soll Im Real Life wäre das auch sehr seltsam Der klempt da dann so Und wo sind die Rohre? Weiß? Wieso haben sie die Rohre nicht schon besorgt? Ach, dann kann ich nicht arbeiten Oh, wow Okay, ihr kriegt Bis auf der Schmied Lazarus oder so Da kriegt kein Fisch Aber alle anderen kriegen Fisch Oh Mh Mh Hh 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 Okay, dann gehen wir nochmal rum Diesmal gehen wir mal hier lang Ja, aber Die Villa-Leute sind ja schon weg Äh Davor Das war Das ist ja was anderes dann, ne Ja, geh da rüber Dankeschön Ein bisschen laut Ähm Bevor der Geist Gespukt hat Na, mal schauen Apropos Geist Tinsel Tinsel Was willst du? McDonuts Extras Große Tüte Doppelt Weißt du Die großen Farmen Hier Natürlich ist das für die Großstadt wahrscheinlich Aber das war für Tinsel Die brauchten so viel Weil Tinsel sonst sauer wurde Nein, Tinsel läuft Tinsel läuft wieder durch das Dorf Sie wollte einfach nur den Rakun Den Waschbär fressen Und deshalb Ist es passiert Hat sich das Hat sich da Rubin gelohnt? Äh Das Mark, meine ich Das Mark, glaube ich, war auch nicht schlecht, ne Emerald 600 Ja Wir brauchen das Geld am Anfang Ich hoffe, wir kriegen es später nochmal Aber Dann wollen wir mal gucken Ich kann doch einfach an die andere Richtung drücken Aber ich bin zu doof 800 Für Seide Ja, da wird jetzt immer ordentlich verkauft hier Der kommt der Der kommt der Der Müll kommt der Der kommt der Ich könnte die Nightflower auch eigentlich mal Behalten Aber es steht Can we sold Also was Das wird schön viel Geld Hey Das wird schön viel Geld Bitte glaubt mir keiner Das aus meinem Versandding Über Nacht Das wäre sehr Nicht nett Hat doch keiner gesehen, ne Ist ja hier dunkel Sie guckt keiner Alles gut Gute Nacht Knapp gut Wollen wir nochmal Nach oben gehen Wir wollen es in der anderen auch noch kommen Wir haben jetzt die Nachtlampe Können wir auch nachts rumlaufen Ah Tütüt Ah Voll romantisch Weißt du was erzählt er uns Dass da ein böser Geist In dem In dem Berg ist Und das erste Was wir machen ist Was wir denken ist Oh Da müssen wir unbedingt aufsprengen Oh Wir sind dämlich Ich wusste aber hier Guck mal Und wer hat es wieder zugemacht dann? Ein Gott Irgendjemand muss ja dann Da oben Ist jemand Auf dem Balkon Auf dem Licht an Da gibt es einen Balkon Oh Irgendjemand wusste es ja Gewusst haben Vielleicht der Geist selbst Der war einfach sauer Hat gesagt Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich möchte hier in Ruhe Äh Im Frieden ruhen Und dann Oh Entschuldigung Hat er den Stein Steinrutsch Selbst gemacht So Nicht zu spät ins Bett Aber geht Dann haben wir das hier Das ist voll cool Und dann haben wir Äh Pfff Wir haben Wir holen uns in Hammer ab Ich freue mich Dim 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 Hallo Wir haben kein anderes Äh Programm Kein anderes Programm Guckt mal hier Da sieht man Wie schnell etwas Und das was am schnellsten geht Äh Machen wir einfach die ganze Zeit Aber von denen werden natürlich alle Äh Von allen werden vier zurückgehalten Für Zum kochen später Vier ist vielleicht nicht genug Nicht lang genug Ah Ah Hallo Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Ich gehe jetzt in die Stadt Und arbeite Und lasse meine Arme Frau Die total traurig ist Einfach zurück Yay Ähm Nein Ah Warum bist du denn da Ich brauche einen Melker Der Melker nervt mich ein bisschen Hi Pulli Hi Hack Oh ich habe vergessen Ich wollte hier vorher Und euch werfe ich rum Und die nur so Yeah Papa Nochmal Woo Den Stein werde ich auch noch weg machen Keine Sorge Und dann hole ich euch ein Weiteres Gras Dann kommt der Stein weg Wo ist denn Da fehlt doch Ne Alles gut Alles gut Das ist ja entspannt Dann einfach nicht drüber nachdenken Was für schlimme Sachen hier passieren Sieht aus wie Kokons Und vielleicht sollten wir davon ein paar aufbewahren Auch Hm Bei 240 ist es auch nicht mehr so viel Aber wie gesagt Nach vier Tagen haben wir wieder 1000 Können wir uns wieder Einmal Medizin leisten Oder so Deshalb mag ich den Anfang meistens von Spielen lieber Bei einigen Spielen Das habe ich auch schon gesehen Bei den neuen Stories of Season Oder auch Ich versuche mir nicht zu spoilern Aber manchmal sehe ich Bilder Von Von Stardew Valley Wo es auch ein bisschen übertrieben wird Wenn sie zu groß hier alles machen Dann ist es irgendwann nur noch Arbeit Dann ist es nicht mehr gemütlich Ich habe die Farm wieder aufgebaut Sondern ich habe ein riesengroßes Unternehmen Und das ist irgendwie nicht so was ich möchte Und am Anfang ist es aber halt auch noch zu wenig Aber ich mag halt dieses Oh guckt mal Ich habe den ganzen Morgen Äh Gearbeitet Und danach gehe ich in die Stadt Weiß nicht So was mag ich So Das nächste Mal werden sie sich dann anpassen Hoffentlich Schön Jetzt können wir Unsere Sachen holen Aber erstmal Kommt die hier weg Und die auch noch Wir brauchen nämlich jetzt Geld Für den Brunnen oder so Obwohl wir in der Brunnen Nur in Anführungszeichen macht Dass die Leute uns mehr mögen Hm Gib mir mal den Hammer Hi Ken Hast du irgendwas interessantes in den Minen gefunden? Oh ja Aggro Tiere Ken hat aber Ich habe nur mit Gabriel bisher Warte mal Es wurde gefragt Das fand ich aber super Magst du Gabriel oder Emily Oder keinen davon? Das fand ich eine super Frage Dass das Spiel jetzt schon weiß Emily ist nicht so meins Und das finde ich halt Das könnten viel mehr Spiele machen Sodass das Spiel jetzt macht Emily wird nur eine Freundin Und nicht die Freundin Oder so Naja Aber Emily haben wir noch nicht die Sequenz Wir haben noch keine weitere Gabriel Sequenz Äh Ken noch nicht Kriegen die alle keine? Gibt es keine Hard Events? Ich meine Wir haben gerasselt mit ihm Es war schon heiß und so Aber ich meine ja nur Hi Hier Nimm es Sehr schön Äh Hör mir zu Ich bin alt Und ich bin nicht gesund Und das ist scheiße Ähm Aber Ich Weiß Ich bin immer früh aufgewacht Und hab den ganzen Tag gearbeitet Egal wie alt Wenn es aber schlechter wird Dann muss ich wohl in die Stadt ziehen Ähm Ken hat mir erzählt Dass da gute Krankenhäuser sind Denn der Arzt hier Kann nur Kann nicht Kann nur so weit helfen Wie er kann Okay Oh das war's Okay danke für diese Information So 10.000 Bei Watering Can Level 3 10.000 Ich muss kurz was trinken Mein Mund Ja Meistens trinkt man mit dem Mund Das war jetzt Hier Pro Tipp für euch Trinkt mit dem Mund Währenddessen jetzt ein paar Zuschauer Die gerade durch die Nase trinken Oh what What Oh wow Es verändert ja alles Okay Blöd Ich würde eigentlich die Watering Can Vielleicht im Sommer lassen wir es erstmal so Es funktioniert ja wie wir es gerade machen Fishing Rod Einfach nur weil ich es möchte Es ist teuer Ich weiß Aber ich will wissen was Was es verbessert Wieso können wir das verbessern Kriegt man dadurch neue Fische Weil die anderen bräuchten wir eigentlich auch Die Axt Die Hoe weiß ich jetzt nicht warum Sickle hier weiß ich auch nicht Die Sickle weiß ich auch nicht Aber die Axt wäre auch noch wichtig Für das Holz Ich mache Fishing Rod Einfach nur weil ich es haben möchte Ja dann gehen wir heute in die Mine Danke Pass auf meine Auf meine Auf meine schöne Angel Ja ja Danke Gab es bestimmt viel Krebs Wie geht es dir heute? Auf jeden Fall sind sie alle nett Hallo Hallo Irgendwas passiert Hier Habe ich dich jetzt? Habe ich dich jetzt? Oh Mann Oh Einige brauchen echt lang Bitte schön Magst du mich jetzt mehr? Mann Ich will nicht professional halten Hört auf mit eurem Professional Ich habe nur noch 1000 Aber heute kriegen wir irgendwie 2000 Oder sowas Also alles gut Hi Oh die sind alle voll nett zu mir Die sagen Schön dich zu sehen Und so Oh Voll schön Hallo Fiona Willst du einen Fisch? Hier Hey danke Ich wollte schon immer einfach einen Fisch haben Pff Also irgendwie will ich den Ah das ist so doof Ich will den Steg heil machen Der ist aber 20.000 Das schaffen wir nicht bis dahin Mr. Fire glaube ich Ärgerlich Wollen wir was essen? Komm Vielleicht bringt das ja Punkte bei ihr Ähm Wer lange schon Doch wir essen jeden Morgen Croissant Das heißt Eine Limonade Das passt doch Glück Oh war das schön Eine Limonade im Sommer Richtig schön Wo sind denn die Kinder? Wo spielen die denn? Hallo Hier Ich mag Fischen Ich schenke dir die ganze Zeit Fische Aber okay Du bist nicht der klügste Ist okay Dummfick Äh Das ist okay Also Ist nichts Schlimmes Wir haben Hammer Da gehen wir jetzt gleich Oh können wir oben nicht was machen? War da nicht auch ein Zweier? Wirklich? Habe ich dich immer noch nicht? Mein Gott Das Das Also die Die Inzestkinder hier Die Äh ich meine die Inzestgeschwister Wir brauchen ganz schön lang Wir haben einen tollen Hammer Wir haben einen tollen Hammer Oh Hi Tobias Oh Äh Du bist es Warum stehst du hier rum? Beweg dich Hä? Oh nein Das braucht mehr glaube ich Hä? War das drei? Ich bin verwirrt Oh mein Gott Das ist so viel Muss ich aufladen Deine Mutter What? Warte Pro Stern muss ich aufladen Ich habe nur ein Oh nein Die ganze Freude ist dahin Jetzt können wir noch gar nicht in die Wir können jetzt noch gar nicht links in die Höhle Mach so ein Scheiß Martha So ein Scheiß Kannst du mich Ach Alles Schlimme passiert nur mir Martha Äh Du verstehst das gar nicht Wie ich mich fühle Wir müssen die Sichel erhöhen Die Sichel macht unten rechts vielleicht Besser Ja Alice Vielleicht solltest du Äh ne Geh mal einen trinken Jaja Äh Er ist Denny Seltsam Interessant Aber seltsam Ich will dir gerade was wir machen sollen Heili Hey, hast du in letzter Zeit irgendwas bei Mr. Ding gekauft? Ich habe ihm ein gutes Business-Angebot gemacht von ein paar, vor einiger Zeit, aber er mag es lieber sicher. Ich kann es mit mir. Ich sinne mit dir, wenn du möchtest. Sinhard. Drei. Weißt du, das ist, äh, guck mal, wie ich aussehe. Ich habe, nein, ich habe mit dem Helm geschlafen, glaube ich, oder? Uch, mein Kopf tut mir jetzt weh. Gehen wir die Mine. Hä? Du beißt es aber schnell gewesen. Naja, ich habe auch ein paar Mal auf die, raufgehauen auf die, auf den Riesenstein. Dammit. Das macht mich jetzt sauer. Ich dachte, ich habe falsch gelesen. Ich gebe es zu, ich bin schuld. Ich dachte, so, das wäre das Level, das man braucht. Ach, Mann. Naja, mal gucken. Dammit. Hoffentlich bringt es was in der Mine. Jetzt bin ich mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir gedacht, so, ein Level. Wir könnten nämlich jetzt natürlich auch den, ähm, das Geld halt. Warte. Das andere braucht Level 2 dann, oder wie? Braucht das auch Level 2? Dann kann ich das ja gar nicht wegmachen auf meiner, auf, 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 auf meiner Farm. Bei meinen Tieren. Aber ich habe meinen Kindern was versprochen. Und jetzt muss ich dieses Versprechen brechen. Oh mein Gott, ich, ich muss gleich brechen. So sauer bin ich. Was bringt denn das erste Level überhaupt dann? Okay. Silber. Wir müssen Alkohol machen. So. Ach, Mann, hört auf. Ihr nervt mich. So. Probieren wir das mal. Da. Müsst ihr jetzt schneller gehen? Bam. Okay, wir brauchen nur noch zwei dann. Oh, nice. Uh. Ich meine, bringt nichts, wenn man Scheiße findet. Aber mit dem Perk ist es jetzt witzig gemacht. Oh, Steine. Weil wir Steine brauchen. Wir brauchen Steine. Aber so kommt man auf jeden Fall schneller voran. Dann gucken wir mal. Ah, ja, aber wenn Silber noch weiter unten ist, müssen wir mehr auf Kampf gehen, ne? Das ist natürlich blöd. So viel Eiern. Hm. Blöde Gegner. Ich hasse euch. Gehen wir dann gleich da rein. Ah. Bitte lasst mich in Ruhe. Ihr seid Mobber. Oh, gleich. Ah. Ihr blöden Mobber. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Wären wir in der Stadt, ey. Naja, hier töte ich euch auch. Aber hier gibt es unten noch Kräuter, ne? Forever Spring, würde ich mal sagen. Oh, nice. Nein, ich wollte das einfach nur aufnehmen. Hör auf damit. Ja, okay, komm her. Weißt du, ich habe Level 2 Hammer. Obwohl es egal ist. Hauptsache, ihr blöden Würmer sterbt. Und wieso komme ich jetzt nicht mal... Ah. Ich komme nicht mal auf Level 2. Mann. Ihr Würmer, ey. Ich komme nicht mal auf Level 2. Ich kann mir irgendwie... Ich habe mir... Oh, da. Schön. Einfach sofort rein. Und hier machen wir jetzt ein bisschen. Hier oben. Könnt die anderen uns egal sein. Es geht auf jeden Fall schneller. Die Energie ist immer noch zu schnell weg, aber es geht schneller und das ist ja dann... Oh, da oben. Ich sehe schon. Das habe ich natürlich gesehen vorher und deshalb war das geplant. Ist klar. Wir kriegen ein bisschen Steine jetzt dadurch, aber wir kriegen sowieso, wenn wir... Äh... Ne, können wir ja nicht weiter aufräumen dann. Hä? Was bringt denn Level 2 überhaupt? Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay, okay, okay. Wir machen einfach hier weiter. Sollen wir uns hier unten nach unten? Oder nach rechts? Rechts. Hier nach unten, oder? Voll gefährlich eigentlich. Er hat überhaupt nicht die Ausrüstung dafür. Jetzt den Helm, ja. Aber Kenia auch nicht, oder? Das hört sich so nach Earthbound an. Das ist heftig. Okay, okay, okay. Seht ihr? Das ist heftig. Das braucht einfach zu viel. Wir finden auch nichts Ordentliches. Ja, komm. Machen wir das hier noch. Oh, man kann diagonal ran. Das ist wenigstens ein bisschen fairer. Schön. Und dann kommt sowas. Gib mir wenigstens ein paar Kräuter noch. Ein paar Herbs. Das wäre nice. Oh nein, so viele Würmer. Was ist denn mit den Würmern? Ist euch die Hitze zu Kopf gestiegen, oder was? Schreckliche Würmer. So, 5 müssen wir kommen. Ich glaube, ab 5 kommt die Ratte. Ansonsten mache ich das gleich alleine. Mein Gott. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So schrecklich. So, Leute. Nerv, 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 nerv. Ich habe fast nichts gefunden, aber ich bin jetzt hier unten auf 18 und wollte eigentlich bis 20, um euch zu überraschen. Aber dann habe ich das hier gefunden. Was ist das? Ist das? Ach so, okay. Das wäre irgendwas. Dann lasst uns gemeinsam zu 20 gehen. Es kamen schon neue Gegner. Und ich versuche einfach nur durchzulaufen. Und mal gucken, ob bei 20 irgendwas kommt. Außer jetzt ganz viele Gegner. Ich versuche dann immer zu schauen, ob ich irgendwo das hier, genau, sowas finde. Ich habe nichts, leider keine Truhen mehr gefunden oder sowas, aber wir haben fast geschafft. Oh, guck mal da. Wir haben es geschafft. Okay. Sollen wir noch einen runter, oder? Guck mal, da sind neue Gegner. Hä? Warte, was? Ah, wenn man die Ratte nicht findet. Bei 20 können wir wieder ganz nach oben. Diese Leiter ist sehr lang. Geh nach oben oder bleib. Ah, okay. Dann müssen wir die Ratte nicht benutzen. Ist ja egal. Wir haben die Ratte ja sowieso. Sollen wir denn hier bleiben? Oder ist das etwas Besonderes? Ich denke mal, bei 20 kann man wieder ganz nach oben, oder? Dann machen wir hier ein bisschen... Machen wir ein bisschen frei hier. Und dann machen wir mal diese lange... Das ist seltsam gesagt, ne? Diese Leiter ist lang. Ist das vielleicht ein Geheimversteck oder sowas? Sollen wir versuchen, den zu töten? Ah, okay. Oh. Aber ordentlich getroffen. Hat nichts zurückgelassen. Aber wir haben Hammer endlich, Level 2. Wird auch Zeit, habe ich das Gefühl. Aber wir finden nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Jetzt bin ich zu 20 gekommen und finden nichts. Aber jetzt irgendwie will ich diese lange... Weil ich habe... Jetzt bin ich paranoid. Nachdem wir da einmal diese Schatztruhe nicht geholt haben. Und Schatztruhen sind super gut gewesen. Seitdem denke ich mir so, was ist, wenn das jetzt eine besondere Leiter ist? Die irgendwie in den Geheimraum oder sowas geht. Dann will ich die jetzt irgendwie erstmal benutzen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Weg wieder ganz nach oben. Wenn man die Ratte nicht gefunden hat. Hm. Bisher habe ich die Ratte aber immer. Vielleicht habe ich einfach nur Glück. Yay, ein Gold! Ja, das Problem ist, das Gold selbst, das Geld zu bekommen. Wir kriegen immer noch keinen Silber. Ich meine, es geht schneller, aber wir finden nicht mehr. Also lohnt sich das irgendwie auch gar nicht hier gerade. Ja, vielleicht sollen wir mal ein Gold verscherbeln. Gold ist jetzt nicht mehr so selten, habe ich das Gefühl. Einfach mal gucken. Oder wie macht das? Davon finden wir jetzt auch einige. Wie viel Gold es wohl gibt? Ich glaube, es ist besser, wenn wir es behalten erstmal. Apropos Norm. Und dann essen wir die hier jetzt auch noch, wenn wir schon mal hier sind. Aber ich habe nicht mehr. Das war alles dann. Uff. Das war dann alles. Wieso findest du nichts? Ich habe bessere Sachen gefunden, als ich noch angefangen habe. Ich finde nur diese Sachen, die nicht... Also dieses Malach... Was war das? Aber Gold ist gut. Wenn wir jetzt... Wow. Wir können ein Gold, wenn wir wirklich verkaufen. Malachit. Verstehe ich nicht. Es gab doch nicht mal viel Geld, oder? Malachit. Wir haben auch noch die Mining-Dingens. Das müsste eigentlich plus eins geben. 180. Uff. Einfach nur aus Prinzip. So. Vielleicht hier unten. Guck mal. Da ist bestimmt Silber. Oder gar nichts. Hier ist... Dahinter ist eine Leiche. Oder gar nichts. Hier hinter ist das Paradies. Oder gar nichts. Hier hinter ist Müll. Oder gar nichts. Hier hinter ist ein Malachit. Oder gar nichts. Das ist jetzt richtig beschissen. Oh mein Gott. Hoffentlich brauchen wir keine Energie bei der Leiter. Aber wir können ein Gold verkaufen. Und dann mal gucken, wie viel ein Gold bringt. Okay, gibt es einiges an Gold. Schaffen wir noch einen? Komm, einen schaffen wir noch. Aber hat uns nichts gebracht. Okay. Ich bin gespannt. Eine rote Leiter. Wir haben nichts mehr zum... Wir können mal einen Fisch essen. Ne, können wir nicht. Hat sich erledigt. Oh, so viel Gold. Silber! Ich habe einfach eingesammelt. Wir haben Silber. Ja, la 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 la. Alkohol ist da. Und eine rote... Äh... Very long up. Uh. Ah. What? Oh mein Gott. Gibt es das da links auch noch? Es ist ein Abkürzen zu 20. Yay. Wir müssen nie wieder runterlaufen. Ja, Sommer. Ich bin so glücklich. Ich habe alles aufgegessen und so. Da hat es sich doch gelohnt. Okay. Yay. Yippie. Jetzt gucken wir mal, wie es ein Gold gibt. Woo woo woo. Woo 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 woo. Äh, ich will... Wir haben keine Angeln. Woo woo woo. Ich wollte einfach zur Feier des Tages noch ein Angeln. Irgendwas Tolles. Yippie. Ja, mache ich. Danke, Gary.